In der Wildnis kann nur einer gewinnen. Das perfekte Jagdgebiet. Es gilt das Gesetz des Stärkeren. Und es braucht eines. Pure Konzentration. Jeden Moment könnte es passieren. Auch wenn nichts am Haken ist, geht es doch eigentlich um den Weg zum Fangen. Den Flow, in den wir geraten. Ein natürliches Gefühl. Der Primal Flow. Der Primal Flow. Der Primal Flow.